Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live und dann würde ich sagen machen wir auch mal direkt weiter hier und ich sehe gerade mein Mikrofon ist ein wenig zu leise so jetzt sieht es wieder besser aus und dann würde ich sagen machen wir da weiter wo wir aufgehört haben aber als erstes müssen wir jetzt ein weiteres Video aufnehmen damit wir keine Abonnenten verlieren so da ist der Hype noch ein bisschen da das heißt wir machen direkt wieder ein Gameplay so das bleibt alles beim gleichen und drücken dann mal hier auf fortsetzen schreiben hier natürlich wieder hinter topsen zockt so machen direkt mal weiter ich hab das zockt vergessen wenn man sich nicht konzentriert so machen hier direkt mal weiter und dann gucken wir für heute wieder ein Abo-Erfolg hier schaffen es sieht auf jeden Fall gut aus dass wir hier ein bisschen was schaffen so winken in Begrüßung du startst die Aufnahme gut was haben wir jetzt hier fröhliche Äußerung oder mörderischer Blick dann machen wir fröhliche Äußerung ich denke mal das kommt auf jeden Fall besser an als der mörderische Blick jetzt machen wir den mörderischen Blick damit wir hier bei Schauspielern noch zwei Punkte bekommen und gucken dass wir jetzt noch Sound nee können wir nicht machen wir müssen jetzt doch noch eine fröhliche Äußerung auch wieder machen schon wieder wie macht nur fröhliche Äußerung heute ja jetzt kommt natürlich nichts mehr vier von vier hier ist alles voll das heißt wir klicken mal auf weiter und das sollte jetzt hier sich alles verbinden lassen so gehen mal hier drauf was haben wir noch was haben wir noch gehen dann hier drauf und dann passt das zusammen das heißt passt alles perfekt zusammen der Titel schon hoch genug ah nee da haben wir genug von ich mache jetzt noch ein bisschen den Titel rein und dann sollte das eigentlich gut ankommen obwohl das Interesse nun auf 21 ist was man Inhalt neuer Rekord 124 und Nachbearbeitung 132 wie geil ist das ist auf jeden Fall schon mal mega mega geil schon zwei neue Rekorde jetzt hier und der Rechner ist ein bisschen kaputt und die Mutter ist wieder meckern ja bla 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 wenn ich das durch die hause arresten gehen wir erst mal lernen bevor wir schlafen gehen und dann müssen wir auf jeden Fall schlafen wahrscheinlich auch essen so jetzt dreht die Zeit hier erstmal ein wenig oh unser Rechner ist kaputt den müssen wir reparieren so jetzt gehen wir erstmal hier auf reparieren und gehen in der Zwischenzeit natürlich schlafen weil wir sehr müde sind und dann können wir auch nicht richtig aufnehmen wenn wir müde sind so der repariert da alles das haben wir schon alles durch deswegen können wir mal hier weitermachen das haben wir da eigentlich auch schon alles geschafft naja keine Ahnung auf jeden Fall was können wir jetzt machen wir gehen jetzt auf jeden Fall mal einkaufen was auf jeden Fall ach nee der Computer arbeitet was drei Daumen nach unten ich hoffe wir verlieren keine Abonnenten ist es erstmal dass wir richtig Abonnenten verlieren wir werden es jetzt sehen wir müssen auf jeden Fall ein neues Spiel kaufen so gerade gewinnen wir anscheinend Abonnenten aber es bringt nicht mehr viel an Aufrufen und so das heißt wir müssen auf jeden Fall jetzt hier einkaufen und ein neues Spiel holen so Amazing on League of Giants haben wir ja Cute Fashion ah wer will so'n Scheiß Broken Words Counterstreak okay wir holen jetzt mal Counterstreak das äh Counter Strike quasi und das kommt im Moment auf jeden Fall doch sehr gut an die Bewertung ist eigentlich auch gut das sollte auf jeden Fall klappen wir gucken jetzt erstmal bis das ankommt yeah hier oben können wir wieder einen Punkt verteilen was auf jeden Fall sehr wichtig ist so da können wir mal aufrüsten so das sieht auf jeden Fall gut nein das ist scheiße können wir hier einen Punkt wegnehmen nee das haben wir natürlich glaube ich jetzt verkackt egal wenn es dann eine Lösung gibt schreib es bitte in die Kommentare und da ist auch schon Counterstreak das heißt wir können direkt das nächste Game jetzt machen und wir haben noch 50 Abonnenten jetzt gemacht und 3200 Aufrufe weil es schon mal gar nicht so schlecht ist müssen wir jetzt auf jeden Fall direkt wieder ein Spiel aufnehmen so Counterstreak steht bei 88 das ist auf jeden Fall noch höher als bei League of Giants dann machen wir auf jeden Fall ein Gameplay beim Video denke ich mal weil es schon länger draußen ist nicht mehr viel bringen wird so das ist immer noch alles beim Alten dann drücken wir mal auf fortsetzen hier Counterstreak Topson zockt so dann gucken wir mal ob er da mit was zockt Topson zockt 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 mit äh 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 oh man was mache ich hier so und gucken mal ob das denn gut ankommt so lustige Begrüßung können wir jetzt auf jeden Fall schon mal machen das ist auf jeden Fall ein neues Video das sollte recht gut ankommen jetzt machen wir eine fröhliche Begrüßung wie man hier oben sehen kann brauchen wir das auch was können wir jetzt hier machen wir müssen auch ein bisschen Sound dabei haben deswegen machen wir mal das jetzt so und jetzt kommt der vierte der letzte singender Kommentar das bringt nochmal einen Schnittpunkt und Sound das ist sehr gut und drücken nochmal hier auf weiter und wir hoffen dass es gleich gut ankommt so setzen das da rein das sitzt dann perfekt das können wir noch da reinsetzen ah hier ist einer schlecht aber das macht nicht so viel das sollte eigentlich gehen so was brauchen wir denn am meisten wir machen nochmal Titel hier wir machen nochmal Titel Interesse ist nur bei 65 was auf jeden Fall sehr gutes Video Qualität neuer Rekord von 71 super geil Leute sooo dann gucken wir mal was das bringt hier überall Level Up und laden das dann direkt mal hoch dann geben wir kurz was essen was macht der? was? Note Dein Cess nur ne 3 ja was passiert denn jetzt? okay ach die nimmt unseren PC weg ja dann können wir ja in der Zeit ja wegen den schlechten Testnoten hat die jetzt unseren PC weggenommen ich hoffe vor der Messe können wir das noch machen damit wir nochmal arbeiten gehen können hier gehen wir auf jeden Fall arbeiten wir brauchen die Kohle damit wir zur Messe hingehen können was macht sie denn jetzt? wollt sie mit uns meckern oder stellt sie den PC hier hin? wir brauchen den PC wieder so jetzt haben wir auf jeden Fall über 100 jetzt können wir hier drauf gehen Games World Ticket kaufen so da haben wir ein Ticket für Gold wir haben jetzt nur noch 18 aber wir haben unseren Rechner wieder was auf jeden Fall sehr wichtig ist Februar 28 ist wieder Prüfung ach du Scheiße Nachprüfung oder sowas da müssen wir auf jeden Fall noch lernen so was machen wir jetzt noch hier? wir schreiben hier einmal damit wir mit der Befreundung bleiben und die vielleicht mal nach dem Date fragen können vielleicht ich habe auch gesehen man kann auch heiraten hier in dem Spiel und Counter-Streak kommt mega geil an ihr seht es da oben Counter-Streak kommt mega geil an hier da rechts oben wieder 1900 Abonnenten wow wir haben einfach mal 2000 Abonnenten gemacht vielleicht schaffen wir sogar 3000 Abonnenten dass wir auf 8000 kommen das ist natürlich super geil wir gehen jetzt mal eben schlafen machen den Chat hier weg wir müssen dringend schlafen und danach auf jeden Fall was essen was du verlierst Abonnenten weil ich gerade nichts mehr aufnehme aber wir machen hier ohne Abonnenten vielleicht schaffen wir es noch in der Zeit jetzt hier die 8000 voll zu kriegen das wäre mega geil so jetzt müssen wir ganz schnell was essen gehen wir müssen was essen gehen so damit wir es wieder hier voll haben dann nehmen wir noch eine Runde auf und dann würde ich sagen war es das dann auch für heute so der ist jetzt was das sieht wieder alles gut aus da haben wir auch mehr Punkte hier und dann nehmen wir natürlich hier ein neues Video aufnehmen und dann direkt wieder das ist jetzt auf 100 das ist jetzt auf 100 da müssen wir auf jeden Fall was aufnehmen ganz schnell so zack 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 und danach gehen wir wieder arbeiten damit wir wieder ein bisschen mehr Geld haben nach dem Aufnehmen und drücken hier direkt mal auf fortsetzen da direkt mal wieder topsen zockt counterstreak folge 3 und das sollte gut ankommen da haben wir auch schon wieder ein bisschen Kohle mit dem Video gemacht aber das muss jetzt schnell gehen hier dass wir das Video fertig kriegen so Intro mit Logo haben wir jetzt bekommen geil das bringt auf jeden Fall schon mal viel zwei Sound und zwei Nachbearbeitung und hier machen wir einen Singener Kommentar das bringt auch noch mal Nachbearbeitung und Sound ohne Ende diesmal wird der Sound mega ankommen und Singener Kommentar schon wieder Nachbearbeitung und Sound es geht ja diesmal mega auf Sound wieder Sound und Nachbearbeitung dann müssen wir es hier nachher mit den Karten am Ende machen dann drücken wir mal hier nur Sound und Nachbearbeitung irgendwie ne ich hoffe das geht trotzdem gut ach scheiße dann müssen wir hier ah das sieht alles nicht so schön aus das sieht besser aus weil wenn wir hier machen ah dann müssen wir es so machen jetzt machen wir auf jeden Fall Farbe zuordnen und Titel weil wir da noch nichts hatten weil Fokus hatten wir ja schon dann drücken wir hier auf Rendern das sieht schon mal gut aus das sieht schon mal gut aus und dann machen wir so klicken hier direkt auf hochladen in der Zwischenzeit gehen wir noch mal oh wir müssen auf jeden Fall noch mal lernen gehen weil wir müssen ja irgendwie den Test noch mal machen jemand ruft an hallo magst du deinen derzeitigen Telefonanbieter ich bin mir sicher dass du das nicht tust Mobifoam bietet dir eine schnellere Internetleitung du musst nur 20 Euro dafür bezahlen Angebot ablehnen brauchen wir nicht das brauchen wir auf jeden Fall nicht weil wir hier eh irgendwann umziehen so das ist bald vorbei was können wir hier noch irgendwas kaufen wir drücken hier mal auf aufrüsten ach wir können ja nichts machen das ist manchmal auf jeden Fall nervig jemand ist an der Tür darf ich mir ein paar Spiele von dir ausleihen nein das sagen wir auf jeden Fall nein auch wenn das hier runter geht das ist egal wir leiten hier keinem unsere Spiele die wir eventuell aufnehmen müssen Ross Cutter ist erschienen nur einen Daumen runter das sieht mega nice aus und dann gehen wir in der Zwischenzeit gehen wir nochmal arbeiten um Geld zu verdienen dann gucken wir ob wir die 8000 Abonnenten noch knacken oder vielleicht mehr das gucken wir noch und dann werde ich das Video auch schon beenden das geht schon recht lange glaube ich jetzt so wie ich das sehe oh das pulsiert hier richtig das sieht auf jeden Fall mega nice aus okay wir einfach nochmal arbeiten wir brauchen die Kohle ne so 800 8000 Abonnenten haben wir geschafft putz Digga 1000 1200 schaffen wir noch die 9000 Abonnenten oder vielleicht 10.000 wir gehen jetzt mal kurz schlafen dann geht hier ein bisschen Zeit rum und dann schaffen wir 9000 schaffen wir auf jeden Fall noch 9000 haben wir geschafft schaffen wir die 10.000 noch ein ganz neuer Abonnenten ich glaube so viel wie beim letzten Mal schaffen wir es noch mit dem einen Video so wir gehen jetzt nochmal hier lernen wir gehen nochmal lernen wir gehen nochmal lernen und gucken ob wir es schaffen ich hoffe wir schaffen das noch ich hoffe wir schaffen das noch und und 9700 dann können wir nochmal eben was machen oder gehen wir nochmal arbeiten ne alles nur um zu gucken dass wir es da oben irgendwie schaffen wir verlieren gerade ein paar Abonnenten haben das sollte nicht allzu schlimm sein ah das ist jetzt vorbei nur 9600 Abonnenten aber wir haben einiges wieder geschafft Leute und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal euer Tobsen wenn es euch gefallen ok das machen wir aber noch nicht wir machen jetzt erstmal stopp und drücken hier auf beenden und akzeptieren und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn nicht einen Daumen nach unten sagt was ich besser machen kann wenn ihr wollt lasst ein Abo da dann würde ich sagen haut rein Leute und bis zum nächsten Mal euer Tobsen und tschüss